Servus Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Speedrun Tutorial von mir. Ich mache das seit kurzem. Falls ihr das verpasst habt, dann checkt die letzten beiden Videos dazu aus. Ich verlinke euch die beiden in der Beschreibung. Das erste Overall Tutorial, wie man in seinen Speedrun Client aufsetzt und wie man startet, was die Kategorien sind, was erlaubt ist und so weiter und so fort. Im zweiten habe ich auch ein bisschen die Oberwelt erklärt und jetzt werden wir ein bisschen ins Detail gehen, was den Nether angeht. Falls euch diese Videos gefallen, die Serie, ich werde schauen, dass ich jede Woche ein Video circa dazu bringe, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir in die Kommentare, was ihr denn noch sehen wollt. Ich habe jetzt geplant, als nächstes dann logischerweise das End zu machen. Dann haben wir mal alles grob behandelt und danach gehe ich mehr ins Detail bei verschiedenen Strategien, zum Beispiel die verschiedenen Typen der Bastions, One Cycling beim Ender Dragon, solche Sachen halt. Dazu kommen wir dann in einem der nächsten Videos. Heute geht es um den Nether und wie man ihn am besten spielt. So, bevor ich in den Nether gehe, habe ich hier mal einfach eine normale neue Welt geladen, in der ich gerade gespawnt bin und möchte euch einfach kurz erklären, was wir uns anschauen werden. Und zwar geht es in dieser heutigen Folge praktisch sehr, sehr viel um die beiden Strukturen im Nether. Die einzigen, die für uns relevant sind und zwar eine Bastion und eine Festung. Eine Bastion kann gesamt in vier verschiedenen Typen spawnen. Das ist einmal die Treasure Bastion, die Bridge Bastion, die Housing Bastion und die Staples Bastion. Jeder davon wird anders gespielt, aber alle haben eins gemeinsam. Es gibt circa 30 Piglins da drinnen, die mit dir traden können. Das ist auch schon das Stichwort 30. Dazu kommen wir gleich, warum das wichtig ist. Und das zweite sind die Festungen. Dort wollen wir obviously die Blaze Rods haben, damit wir dann eben die Ender Eyes craften können. Von den Piglins wollen wir übrigens drei Sachen bei den Trades gesamt haben. Das ist Obsidian, was man aber auch groß ist als Kisten bekommt, Strings für Wolle, damit man Betten machen kann und obviously Ender Perlen. Wie viel das ist, hängt immer von Run zu Run ab. Ist unterschiedlich, aber meistens braucht man, also beziehungsweise sicher brauchst du zehn Obsidieren und zwölf Ender Perlen und alles andere ist dann halt ein Bonus sozusagen. So und bevor ich jetzt in den Netter gehe, werde ich euch zuerst was erklären. Und dazu schaue ich hier in den Himmel, da sieht man es nämlich am besten. Und wenn ich hier F3 drücke, dann seht ihr ganz viele verschiedene Zahlen hier oben, okay? So und bei diesen verschiedenen Zahlen sehen wir erstmal die Koordinaten. Das ist das, was ihr kennt. Eine wichtige Zahl für später ist zum Beispiel auch noch die hier. Also könnt ihr euch die schon mal merken, die Facing-Koordinate praktisch. Also das ist in welche Richtung man schaut. Ändert sich deswegen auch immer. Aber das, was wir jetzt anschauen, was wichtig ist, sind einmal das E. Die erste Zahl steht für alle Entities in deinem Field of View. Und die zweite Zahl steht für alle Entities in deinen geladenen Chunks. Das sind zwei wichtige Zahlen. Und zwei weitere wichtige Zahlen sind hier das M und das C. Das M steht für normale Mobs, die despawnen, respawnen können. Da fallen zum Beispiel Piglins rein oder auch Blazers oder irgendwelche anderen Tiere. Und eben Creatures, das sind Neutral Mobs, wie zum Beispiel im Netherland Strider und Magma Cubes. Also das sind so die Sachen, glaube ich, mostly, die jetzt reinfallen. Ganz genauer wichtig ist das aber nicht. Ihr müsst euch im Prinzip nur eines merken und zwar diese beiden Zahlen hier unten und diese beiden Zahlen hier oben. Das ist alles, was ihr für den Nether braucht. Und ein weiteres nice Feature, was ihr auch brauchen könntet, ist, wenn ihr Shift-F3 drückt, dann öffnet sich der Pie-Chart unten rechts. Und zwar stehen hier unten, wenn ihr das mit Shift-F3 öffnet, einige Zahlen und dahinter ein Text. Und die sind wichtig, weil wir wollen dort irgendwo hin navigieren. Dieses Setting speichert sich jedes Mal, wenn ihr Minecraft neu startet, wird es erst resettet. Also sprich, ihr könnt mehrere Runs dann machen und das Setting ist immer gleich und ihr müsst es nicht für jeden Run einstellen. Und zwar wollen wir auf Tick gehen, das ist für mich jetzt die 3. Danach wollen wir auf Level gehen, das ist die 1. Dann wollen wir auf Entities gehen, das ist wieder die 1. Und dann wollen wir auf Block-Entities gehen, das ist die 3. So, und was wir jetzt sehen, ist der Pie-Chart, wie wir ihn eingerichtet haben wollen. Das würde ich euch empfehlen, dass ihr das am ersten Run des Tages macht. Wichtig ist, wenn ihr jetzt den Pie-Chart offen habt und ihr drückt dann jetzt irgendwie 1, 2 oder 3, dann ist das Ganze wieder komisch, ne? Denkt ihr euch, what the fuck? Dann könnt ihr einmal auf die 0 drücken, einfach auf eurer Tastatur. Dann geht ihr wieder zurück auf dieses Menü. Also hier geht dieses Menü praktisch mit den Zahlen und mit der 0 ist immer ein Stück zurück. Das heißt, wenn ihr mal aus Versehen einmal die 0 zu oft drückt, dann seid ihr wieder hier, dann müsst ihr wieder Block-Entities gehen. Wichtig ist, dass hier oben für euch steht, Root-Tick-Level-Entities-Block-Entities. Dann seid ihr in der richtigen Kategorie. Dazu werde ich gleich nochmal ein bisschen erklären, wie das funktioniert, aber das ist wichtig einzustellen. Was wir jetzt noch machen, bevor ich in den Nether gehe, ist, ich stelle meine Render-Distance runter auf 12. Und wichtig ist, für die Strategie, die wir gleich verwenden, dass eure Entity-Distance auf 500% gestellt ist. Das habe ich aber schon mal erklärt, als wir die Settings durchgegangen sind im ersten Video, dass das hier auf 500% sein sollte und Entity-Culling deaktiviert. So, wir sind jetzt hier im Nether und es ist wichtig, dass ihr jetzt ein paar Sachen lernt zu interpretieren. Das erste Mal, was wichtig ist, sobald ihr in den Nether kommt, könnt ihr Escape drücken. Euer Timer wird dadurch pausiert, also euer In-Game-Timer ist ja die, die am Ende beim Run zählt. Das heißt, ihr könnt so lange hier in Escape bleiben, wie ihr wollt. Und was passiert, während ihr in Escape seid, ist, dass die Welt für euch lädt, obwohl das Spiel pausiert ist und hier die Zahlen weiter nach oben gehen. Wie gesagt, wichtig ist, wir wollen jetzt hier oben auf diese beiden Zahlen schauen und wir wollen hier unten auf diese beiden Zahlen schauen, die aktuell noch bei 0 sind. Die aktualisieren erst, wenn man aus Escape rausgeht. Das mache ich jetzt einmal. So, jetzt seht ihr, das Ganze ist schnell hochgegangen. Wir haben jetzt 38 und 19, das Ganze wird ein bisschen weiter gehen. Im Normalfall werden diese beiden Zahlen immer auf 70 und 30 sein, beziehungsweise circa dort. Also daran könnt ihr euch schon mal richten und gewöhnen. Und das ist auch hier der Fall, wo wir jetzt hier gespawnt sind. Also, fassen wir zusammen, was haben wir jetzt für Informationen aus diesem Nether-Spawn? Ihr werdet euch jetzt denken, ja, was haben wir denn für Informationen aus diesem Nether-Spawn? Und ich kann euch jetzt sagen, mit diesem Bild hier und diesen 5 Sekunden, die ich jetzt im Nether verbracht habe, beziehungsweise, das ist ja noch ein bisschen mehr, aber ich bin ja im Escape-Menü, kann ich schon sagen, dass wir zu 100% eine Bastion und zu 25% eine Festung haben. Ich erkläre euch jetzt, wie das funktioniert. Also, erstmal der Pide-Shirt, so wie wir ihn eingestellt haben, zeigt Block-Entities an. Da werden sehr viele verschiedene Sachen angezeigt, zum Beispiel Chests oder Mob-Spawner. Aber auch zum Beispiel eine Bell, also die Glocke im Village oder ein Furnace. Und deswegen kann man den Pide-Shirt auch dazu benutzen, um an der Overworld Villages zu finden. Weil, wenn eine Bell oder ein Furnace oder sowas in der Art in Render Distance ist, dann wird es dir hier unten angezeigt. Und das heißt, du weißt, irgendwo in einer Render Distance muss ein Dorf sein. Und wenn es ein Furnace ist, dann weißt du, bei einem Wüstendorf oder bei einem normalen Plainsdorf, dass auch eine Schmiede da ist. Und das ist halt sehr, sehr wichtige Information. Ja, und hier im Nether ist es ganz einfach. Wir sehen einen Minecraft-Mob-Spawner. Und der Minecraft-Mob-Spawner deutet auf was hin? Richtig, Blazes. Der einzige andere Mob-Spawner, den es im Nether geben kann, ist der Magma-Cube-Spawner. Und den gibt es nur in der Treasure-Bastion. Und es gibt vier verschiedene Types of Bastion. Deswegen sage ich, wenn wir das Pech haben, dass die Bastion, die wir in diesem Nether-Spawn haben, eine Treasure-Bastion ist, haben wir keine Festung in unserer Render Distance. Aber wichtig dazu ist, wir sind aktuell auf 12 Chunks Render Distance. Das ist mein persönlicher Favorite. Weil ich dann in unmittelbarer Nähe was Gutes im Nether habe. Und das hier wäre zum Beispiel jetzt ein brillanter Spawn, denke ich. Weil wir haben 100%ig eine Bastion und zu einer hohen Wahrscheinlichkeit eine Festung. 75% sind es übrigens, nicht 25%. Abitur habe ich nicht gemacht. Auf der anderen Seite werden wir uns darum kümmern, dass wir schauen, wieso weiß ich, dass eine Bastion da ist. Ich habe euch schon erzählt, diese beiden Zahlen hier unten sind wichtig. Die werden immer ca. bei 70 und 30 sein. Rechnen diese zwei Zahlen einfach zusammen. Mehr müsst ihr nicht wissen, okay? Und das wäre 91. Und wenn ihr jetzt hier oben die kompletten gerenderten Entities in eurer Render Distance nehmt, die 124, und ihr zieht das hier davon ab, 91, dann bleibt mehr als 30 übrig. Und was heißt das? Naja, jede Bastion Spawn mit 30 Piglins ca. Das bedeutet, wir haben eine Bastion in unserer Render Distance. Und ich kann jetzt hier auch von mir aus, wenn ihr wollt, stehenbleiben und nichts machen. Und ihr werdet sehen, es wird sich nicht so viel daran ändern. Also wir sind hier, auch wenn ich nicht im Escape-Menü bin, auf genau denselben Einstellungen. Es ist immer noch 120. Wir haben hier immer noch die 91 unten. Das heißt, wir haben hier ziemlich sicher eine Bastion. Und jetzt gilt es dann, die zu finden. Und wie mache ich das, ist die Frage, die ihr euch natürlich stellt. Ich gehe zuerst in meine Options, gehe mit meinem Field of View runter. Und jetzt merkt ihr auch, diese Zahl hier geht runter. Denn das sind die Entities in meinem Field of View. Und dadurch kann ich relativ genau sagen, in welche Richtung ich laufen muss, wenn mein Field of View so klein wie möglich ist. Wichtig dafür, ein Optifine Zoom ist ja nicht erlaubt. Funktioniert dementsprechend nicht. Und was ich jetzt mache, nachdem ich das gemacht habe, nachdem ich mir das eingestellt habe, ich drehe mich im Kreis und schaue, wo diese Nummer hoch geht. Hier ist kalt, 0, 1, ihr seht, wenig, wenig, wenig. Hier wird es mehr. 20 und hier 30. Alles über 30 ist eine heiße Nummer. Und hier spike das Ganze bei 40. Und wenn wir uns weiter drehen, geht es wieder runter. Folgende Information, die wir aus dem Ganzen jetzt rausnehmen können. Circa hier beginnt der Spike, okay. Da merken wir unsere Facing-Koordinaten, minus 122. Und dann drehen wir uns weiter, bis der Spike wieder vorbei ist. Und auch circa hier wieder bei 22. 172. Das ist ein sehr großer Bogen. Ich könnte das jetzt noch kleiner machen und sagen, ich gehe bei 30 erst los. Das wäre dann circa hier, minus 180. Und minus 132, sagen wir ja. Dann habe ich einen Bereich von circa minus 48. Und in diesem Bereich hier vor mir, müsste dann die Bastion sein. Und das Ganze werden wir jetzt kurz einmal fact checken, indem wir in den Spectator-Mode gehen. Und hier einfach mal geradeausfliegen. Und das Erste, was wir sehen, ist hier eine Festung. Das ist natürlich sehr praktisch, weil ich wäre aufgrund von meinem E-Ray, wie man das nennt, jetzt genau in diese Richtung getravelt, und hätte dabei diese Festung gefunden. Und die Bastion ist direkt hier hinter, wie man sehen kann. Das ist eine Housing-Bastion. Das heißt, wir haben keine Treasure-Bastion, demnach keine Mob-Spawn. Und dieser Seed hier wäre ein absoluter God-Spawn im Nether, um ihn zu speedrunnen. Und ich würde ihn wahrscheinlich in den Sand setzen, indem ich hier vorne an den Blazers sterben würde. Aber das sei mal dahingestellt. Das ist ein optimales Beispiel. Es wird viele Nether geben, wo das nicht der Fall ist, wo eure E- und C-Koordinaten, M- und C-Zahlen, deutlich höher sein werden, weil ihr zum Beispiel in einem Souls-and-Valley seid oder weil ihr zum Beispiel in einem Nether-Waste mit viel Lava seid oder weil ihr zum Beispiel in einem Basalt-Delta seid. Das sind alles Biome, in denen sehr viel Lava ist und in denen sehr viele Strider rumlaufen können. Und die werden diese Nummer sabotieren und dementsprechend wird diese Nummer auch deutlich höher sein. Und ihr müsst immer auf diese Differenz achten. Das ist das Einzige, was wichtig ist. Und dann eben einfach nur in die Richtung drehen, wo die Zahl am höchsten ist. Und alles über 30 ist schon sass, sozusagen. Und alles über 40, 50 konfirmt eigentlich eine Bastion zu 100%. Und dann heißt es nur noch in die Richtung traveln. Wenn ihr euch nicht sicher seid, zum Beispiel wenn ihr euch die Richtung nicht gemerkt habt und die ihr laufen müsst, könnt ihr immer wieder dieselbe Taktik anwenden. Nur im Spawn ist es natürlich am sinnvollsten. Weil, wie schon erwähnt, der Nether ist in vier Quadrants eingeteilt. Das bedeutet, Structures können vom Spawn aus, also von 0-0 aus, nur in bestimmten Richtungen spawnen, in bestimmten Entfernungen. Die können über diese Richtungen und Entfernungen hinüber rausgehen und sich erstrecken, wie zum Beispiel dieser Blaze-Spawner. Der dürfte hier eigentlich nicht sein, laut dieser Regel. Aber die Festung beginnt woanders. Und für diese Quadrants blende ich euch auch ebenfalls ein Bild an, damit ihr das versteht. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel in eine Richtung travelnt, sagen wir, diese Festung ist nicht hier. Und ich komme hier vorne hin, zu dieser Bastion, mache hier meine Piglin-Trades, habe mein ganzes Zeug erledigt und dann möchte ich hier wieder weggehen und möchte eine Festung finden. Was würde ich dann tun? Anhand von der Quadrant-Einteilung wäre meine größte Chance, also erstmal, was ich machen würde, ich würde hier den PyChart öffnen und schauen, ob ich mit derselben Render Distance, die ich vorher eingestellt habe, immer noch einen Mob-Spawner habe. Wenn ja, dann weiß ich, dass irgendwo zwischen Spawn und mir oder in der Nähe von Spawn und mir eine Festung sein müsste. Oder eine Treasure Bastion, das könnte halt wieder der Jebate sein. Oder die andere Alternative, wenn ich das hier nicht sehe, dann weiß ich, okay, am Spawn hatte ich aber einen Mob-Spawner in meinem PyChart. Also als ich hier stand, hatte ich den. Das bedeutet, er ist wahrscheinlich genau in die andere Richtung und dass hier die Festung dann drüben wäre. Weil das sind eben die Quadrants. Und für eine Festung gibt es leider mit dem E-Ray, wie ich es euch gezeigt habe gerade, also wie man sich hier umschauen kann und die Bastion findet, keine Möglichkeit, das mit der Festung zu tun. Warum? Weil eine Bastion, sobald sie generiert, automatisch mit den Piglins generiert und eine Festung generiert nicht mit Blazers, Widerskeletten oder sonst was, wie man sehen kann. Hier, ich bin im Spekteller-Mode. Hier können keine Mobs spawnen und das Einzige, was hier drin ist, sind ein paar Pigmen, die sowieso hier rumlaufen, aber hier ist keine Menge an Blazes oder an irgendwas anderem. Hier ist kein einziges Widerskelet, kein einziger Blaze, ja. Und der Grund dafür, es ist ein bisschen in den Sternen gestellt, ein bisschen in Mutmaßen, aber 1.16 ist einfach eine neuere Version, wurde besser gecodet und deswegen spawnen die Piglins hier direkt mit ihrer Structure, während hingegen in der Festung die Mobs erst spawnen, wenn man sie auch lädt. Soviel zur Erklärung von E-Ray und allem drum und dran. Aber was ist, wenn ich jetzt hier bin mit meinen Piglins getradet habe und wenn ich jetzt eine Festung finden möchte? Wir gehen aus dieses Beispiel mal ein Stück weiter weg, so dass wir hier außerhalb der Render Distance von dem guten Stück Land sind, wo wir gerade waren und wir suchen uns hier einfach mal einen passenden Spot, ich würde mal hier oben sagen und werden hier jetzt mal demonstrieren, wie ich denn eine Festung locate, wenn ich sie nicht so schnell finde. Das hier ist jetzt ein absolutes Paradebeispiel und zwar bin ich jetzt ein bisschen weggegangen und wir haben hier gar nichts in der Nähe. Also wir sind hier auf Blog-Entities im Piedshot und wir haben weder Kisten noch haben wir einen Mob-Spawner. Die Info alleine gibt uns schon mal vor, hier wird kein Roadportal sein, hier ist keine Bastion und hier ist keine Festung, sondern hier ist nur Niemandsland, okay? Wie finde ich jetzt eine Festung oder eine Bastion? Das ist jetzt die Frage, ne? Bastion haben wir schon erklärt, das ist relativ klar. Ich habe hier gerade 54, hier ist nichts in der Nähe, was ich eigentlich finden kann. Das heißt, ich müsste irgendwo anders hingehen. Da sind wir da. Jetzt gehen wir aber drauf, wie finde ich eine Festung? Ich habe bereits erwähnt, Render Distance ist bei mir auf 12 und der Grund dafür, den werdet ihr jetzt sehen und zwar werde ich jetzt folgendes machen. Ich öffne jetzt meinen Piedshot, drücke dann F3 und G, damit lasse ich mir meine Chunk-Borders anzeigen und würde mir dann hier eine Grenze suchen, die circa, also die alle vier Chunk-Border hier bedient. Dann stelle ich mich jetzt zum Beispiel in eine Ecke hier, also ich bin nur in diesem einen Chunk und die andere nicht und jetzt drücke ich F3 und F und was das macht ist, meine Render Distance wird jedes Mal, wenn ich F3 und F drücke, um einen Chunk erhöht. Ich bin jetzt auf 13, jetzt bin ich auf 14 und bei 14 seht ihr schon, der Piedshot aktualisiert und lädt hier Chests rein. Das bedeutet, hier ist ein Root Portal, eine Festung oder eine Bastion, aber eine Festung ist auch unwahrscheinlich, weil wir haben keine Mopspawner. Ich drücke nochmal F3 und F, jetzt sind wir auf 15, drücke nochmal F3 und F, jetzt sind wir auf 16, 17, 18, 19 und hier haben wir einen Mopspawner, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das bedeutet, wir wissen, in unserer aktuellen Render Distance von 19 Chunks ist eine Festung. Wo die ist, wissen wir aber nicht. Was wir aber schon mal damit rechnen können ist, ein Chunk ist 16 Blöcke lang, das heißt, wir können jetzt 16 mal 19 rechnen, dann ist das die Distanz, die wir in Blöcken in einer Geraden zu unserer Festung zurücklegen müssten. Aber wir können es noch ein bisschen einfacher machen. Was wir jetzt wissen, wir sind auf der Render Distance 19 und dort ist der Mopspawner aufgetaucht, wir stellen jetzt unsere Render Distance wieder zurück auf 12, weil dort wussten wir, es ist nicht da, refreshen einmal den Piechart und damit sehen wir jetzt, okay, wir haben keine Mopspawner mehr. Jetzt gehen wir mit der Render Distance wieder höher und zwar auf 18 und das war das letzte Mal, dass wir keinen Mopspawner hatten. Und wir stehen jetzt hier in einem Chunk, wo wir keine Mopspawner aus der Entfernung sehen können, aber wir stehen an einer Grenze. Und wenn ich jetzt einfach nach vorne gehe, in den nächsten Chunk, dann sehe ich, aha, Mopspawner. Und das bedeutet, die Richtung hier ist richtig. Rein theoretisch könnte jetzt dasselbe Prozedere nochmal durchgehen und sagen, okay, wir stellen das Ganze wieder zurück, um sicher zu gehen. In einem Actual Speedway macht man das dann natürlich nicht, weil man da auf Zeit spielt. Gehen hier wieder hoch auf die 18 und jetzt schauen wir nochmal nach rechts. Hier ist kein Mopspawner, okay, und jetzt schauen wir nach vorne. Hier ist der Mopspawner. Okay, das bestätigt uns schon mal, die Festung oder der Mopspawner muss irgendwo vor uns sein, weil sowohl der linke als auch der rechte Chunk das bestätigen. Und jetzt können wir das ein drittes Mal gegenchecken, falls ihr das tun wollt, okay, wir gehen wieder auf 12 runter und bewegen uns jetzt aber hier an der Grenze rüber nach links an den nächsten Chunk. Gehen dort wieder hoch auf die 18 und jetzt gehen wir einen Step nach links. Kein Spawner. Jetzt können wir dasselbe nach rechts abklären, weil wir wissen ja bisher nur, es ist vor uns. Laufen wir hier rüber nach rechts an den Chunk. Again, kein Spawner. Und worauf deutet uns das hin? Richtig, dass die Festung auf jeden Fall in diese Richtung liegt. Wenn wir hier auch bei dem nächsten Chunk hier einen Schritt nach vorne gehen, haben wir wieder den Mopspawner. Und demnach weiß ich, aufgrund von all diesen Settings, die ich gerade gemacht habe, dass wenn ich jetzt einfach nur geradeaus fliege, ist halt immer dann die Frage vom Terrain, aber hier müsste ich sie dann sehen. Genau. Also sprich, wenn man einfach nur geradeaus trappelt von dort findet man es. Natürlich kann man diese Strategie noch etwas wiederholen und zwar, wenn ich jetzt hier vorne bin im Survival-Mode, okay, und ich bin schon etwas nach vorne getrappelt und langsam verliere ich die Hoffnung und ich weiß nicht, wo ist diese Festung, dann kann ich einfach nochmal meine Render Distance auf 8 oder weiter runtergeben, kann nochmal den Pie-Chart öffnen und ich sehe, der Mopspawner ist da. Und jetzt kann ich dasselbe machen wie gerade. Ich gehe auf 2 runter, aktiviere die Chunk-Grid-Borders und gehe hier zu einem Eck, reloade nochmal den Pie-Chart und ich sehe, er ist nicht da, okay. Drücke F3 und F, drücke nochmal F3 und F, drücke nochmal F3 und F und das Ganze halt bis der Mopspawner da ist. Bei 7 ist er da. Dann gehen wir nochmal runter, machen das Ganze nochmal von vorne auf 6 und jetzt laufe ich einmal nach links und sehe, okay, hier ist nichts. Dann laufe ich einmal nach rechts. Hm, okay, hier ist auch nichts. Bin ich schon dran vorbeigelaufen, laufe ich nach hinten, auch nichts. Okay, dann weiß ich, ich bin noch auf dem richtigen Weg, weil wenn ich nach vorne laufe, kommt hier der Mopspawner. Und das könnt ihr immer wieder wiederholen, wenn ihr euch unsicher seid. Wie gesagt, im Speedrun macht man das eher selten, weil man die Zeit eben nutzen möchte, um zu traveln und nicht um hier ewig Koordinaten zu lesen. Das ist so basically, wie ihr im Nether navigiert. So funktioniert E-Ray und der Pie-Chart. Ich hoffe, dass ich euch damit helfen konnte, um generell den Nether zu spielen. Was ihr dann als nächstes machen müsst, ist natürlich einfach die Tradings in den Bastions, dann die Blazes töten. Dazu werde ich dann noch ins Detail gehen, wie man das Ganze ein bisschen besser spielt. Ich werde aber jetzt noch eine Sache machen und zwar euch kurz zeigen, wie man einen Blaze-Spawner zurecht biegt. Diese ganzen Taktiken, die ich euch gerade vorstelle, by the way, sind teilweise schon sehr advanced für Speedrunning. Also andere Sachen sind leichter zu lernen als das, leichter zu verstehen. Zum Beispiel das, was ich euch jetzt auch zeigen werde, ist sehr advanced. Und zwar, wenn ihr einen Blaze-Spawner habt, dann geht ihr mit eurem Endistanz auf zwei runter. Könnt auch zusätzlich noch eure Entity-Distance auch runterstellen, wenn ihr das möchtet, weil dann spawnt einfach nichts mehr. Weil alles, was dann spawnt, ist in euren gerenderten Chunks und deswegen haben Blazes eine höhere Chance, dass sie hier bei euch jetzt spawnen können. Und gleichzeitig könnt ihr damit auch Snapshot portlen, zum Beispiel, wenn ihr einen Enderpeller werft. Wenn ihr zum Beispiel wisst, hier hinten ist euer Portal, ihr werft die Enderpeller hier hoch und dann stellt ihr eure Render-Distance auf zwei runter, dann ist das da hinten nicht mehr gerendert. Und das heißt, die Enderpeller wird nicht geladen. Und erst wenn ihr eure Render-Distance wieder höher stellt, werdet ihr geportet. Aber soviel dazu. Jetzt kommen wir zum Blaze-Spawner. Und zwar, ich habe es schon mal erklärt, in einem meiner PB-Runs, Blazes spawnen 1 bis 4 in einer Wave von 10 bis 40 Sekunden, nachdem der Spawner aktiviert wurde. Und haben eine 50%ige Drop-Chance auf Blaze-Rods. Wie kann ich diese Chance erhöhen? Ein einfacher Punkt ist, ihr könnt hingehen und mit einer Gold-Spitzhacke im Optimalfall diese beiden Fences, die beiden Blöcke und dann die komplette Ebene hier drunter. Außer dem Block unter dem Spawner, der ist unwichtig, aber den könnt ihr natürlich auch mitnehmen, wenn ihr das wollt. Und abbaut. Weil dadurch ist automatisch mehr Platz beim Spawner für die Blazes zum Spawnen und die Chance auf größere Waves steigt. Was ihr damit aber auch noch machen könnt, das schaue ich mir jetzt beim anderen Spawner an, ist Blaze-Bedden. So, und falls ihr euch fragt, was Blaze-Bedding ist, im Prinzip platziert ihr da ein Bett im Nether, was er dann explodiert. Und zwar so, damit ihr den Spawner freilegt. Das gibt es auf mehrere Art und Weisen, wie man das angehen kann. Und die klassischste und am einfachsten, wie sie funktioniert, ist, ihr platziert einen Block vor dem Spawner und dann platziert ihr das Bett so, dass das Kopfende hier hinter diesem Block ist. Weil wenn es hier vorne wäre, dann würde es den Spawner zerstören. Und dann geht ihr hier nach hinten hin. Könnt ihr übrigens machen dann, wenn ihr Wave-Blazes spawnt. Ich gehe dazu jetzt auch mal in den Survival-Modum, um euch zu demonstrieren. Rechts geht das Bett und die Blazes sterben und ihr habt sofort hier den Spawner zu einem sehr, sehr großen Teil freigeräumt. Was euch sehr, sehr viel Möglichkeit gibt, um hier Platz zu haben bei den Blazes. Dasselbe geht natürlich genauso in die andere Richtung. Also je nachdem, wo ihr es braucht, was ihr machen wollt, könnt ihr hier Blaze-Bedden und es gibt mehrere Strats, die so funktionieren. Ihr könnt auch eins oben drüber machen, indem ihr das jetzt hier drauf platziert. Wichtig ist halt immer nur, dass das Kopfende nicht den Spawner berührt, sonst fliegt der Spawner in die Luft. Was mir auch schon passiert, ist unglücklich. Ich hoffe, ich konnte euch heute auch wieder helfen mit euren Minecraft-Speedruns. Falls ihr mich live sehen wollt und live Fragen stellen wollt, die ein bisschen mehr ins Detail gehen oder in späteren Tutorials aufgegriffen werden, dann schaut gerne auf twitch.tv sehr wenig vorbei. Ich stream dort jeden Tag aktuell oder fast jeden Tag, so gut es geht und mache auch sehr, sehr oft Minecraft-Speedruns, wo ihr mich gerne fragen könnt zu irgendwelchen dieser Strategien, die ich euch bereits gezeigt habe. Ich werde jetzt dann noch ein vergleichbares Video für die Basics im End hochladen, beziehungsweise wie man den Stronghold findet und wie man den Drachen spielt und danach werde ich dann nur noch in-Dev-Tutorials machen über die verschiedenen Bastion-Routes, über irgendwelche Advanced Travel Strategies und so weiter und so fort, die dann etwas komplizierter sind. Aber ich glaube, mit dem aktuellen Input, den ihr von mir habt, könnt ihr sehr viel anfangen, um Minecraft-Speedrunnen und eure Personal-Bests aufzustellen. Lasst gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen oder geholfen hat, vielleicht auch beides und wir sehen uns im nächsten Tutorial wieder. Macht's gut. Ciao.